Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so einen Hauptschalter dreipolig anschließen und somit natürlich auch so einen 63 Ampere Ausschalter einbauen und dann auch verdrahten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich hier eine Unterverteilung mit einer Hauptleitungsabzweigklemme, ein paar Bauteile wie zum Beispiel einen FI-Schalter und ein paar NS-Schalter dahinter. Und da möchte ich jetzt aber auch noch irgendwo so einen Ausschalter anbringen, dass ich die Anlage natürlich auch jederzeit spannungsfrei machen kann. Zuerst müssen wir aber unbedingt die 5 Sicherheitsregel für Strom beachten, bevor wir hier irgendwas machen und dafür sind natürlich spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller. Wenn dann alles zu 100% spannungsfrei ist, können wir den Hauptschalter auch an die gewünschte Position gehen. Bei mir ist das hier oben, deswegen ich ihn auch schon mal schräg hier oben einhake und dann einfach hier unten dagegen drücke, sodass er auch einrasten kann. Und wir können uns mal Gedanken machen, wie wir das Ganze ansteuern möchten. In meinem Fall habe ich hier oben ja meine 5artige Zuleitung und ich möchte auf jeden Fall, dass ich zuerst meinen Ausschalter hier oben ansteuere und danach gehe ich von hier unten nämlich auch schon dementsprechend auf meine Hauptleitungsabzweigklemme rüber. Bedeutet einfach, wenn ich hier den Ausschalter betätige, dann kann ich auch meine Klemmen hier drüben und vor allem auch alle Bauteile danach spannungsfrei machen. Ich könnte natürlich auch zuerst die Klemmen hier ansteuern und dann auf meinen Ausschalter gehen. Dann könnte ich aber im allerschlimmsten Fall zum Beispiel auch, wenn ich hier den Ausschalter betätige, immer noch hier irgendwo reinkommen und mir einen Stromschlag holen. Würde meine Zuleitung jetzt übrigens nicht von oben kommen, sondern zum Beispiel von unten, dann könnte ich übrigens auch ohne Probleme das Ganze zuerst hier an die unteren Klemmen anschließen und somit dann hier oben auch schon weiter zu meiner Abzweigklemme rüber gehen. Jetzt aber genug zur Theorie. Meine Leiter habe ich mir schon etwas hingebogen und hier links drüben bei unserer Eingangsklemme 1 kommt der meist braune Außenleiter drauf. Bei der nächsten Klemme 3 unser schwarzer Außenleiter L2 und hier drüben bei der 5er Klemme, da kommt unser brauner Außenleiter L3 drauf. Da müssen übrigens später dann auch noch unsere Neutralleiter und unsere Schutzleiter angeschlossen werden und ich habe das Ganze hier schon auf 18 Millimeter einmal abisoliert, dass auf jeden Fall beide Schrauben auch ordentlich anpacken können. Und hier oben, da reichen aber normalerweise 12 Millimeter vollkommen aus. Die großen Klemmen bei unserer Hauptleitungsabzweigklemme werden mit 2,5 Newtonmeter angezogen, die kleinen mit 2 Newtonmeter und unsere Klemmen hier oben bzw. natürlich auch hier unten, die werden mit 3 Newtonmeter angezogen. Hier unten kann man jetzt übrigens auch sehen, dass spezielle Käfigklemmen verbaut sind, bedeutet einfach, wir werden jetzt gleich zu unserer Hauptleitungsabzweigklemme das Ganze noch irgendwie überbrücken mit flexiblen Leitungen, in meinem Fall 10 Quadratmillimeter, da macht man normalerweise auch nichts falsch und wir benötigen aber jetzt keine speziellen Aderenthülsen, sondern können das Ganze ganz einfach von unten einmal ohne diese Aderenthülsen hineingeben. Bei der Abzweigklemme, da benötigen wir dann aber schon unsere Aderenthülsen, ich verwende hierfür die langen mit einer Länge von 18 Millimeter, dass natürlich beide Schrauben auch ordentlich anpacken und wir können das Ganze danach auch schon mit einer passenden Grimmzange einmal, zweimal grimpen, dass es natürlich auch über die gesamte Länge hier passt. Unser Hauptschalter ist somit auch schon richtig verbunden und dadurch kann ich jetzt auch alles hinter diesem Hauptschalter ganz einfach spannungsfrei schalten. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch einen Seitenschneider, eine Abisolierzange, hochwertige Schraubendreher oder natürlich auch so einen Ausschalter hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.